Herzlich willkommen zum Bachelor-Studiengang Bildungs- und Erziehungswissenschaft. Bildungs- und Erziehungswissenschaft ist die Wissenschaft von Pädagogik, aber auch von Erwachsenenbildung und Bildungspolitik. Das übergreifende Qualifikationsziel des Studiengangs ist die Befähigung der Studierenden zum professionellen pädagogischen Denken, Urteilen und Handeln unter den Bedingungen von Globalisierung und kultureller Diversität. Die Studierenden erwerben fachliche Kompetenzen zur Erforschung von Bildungsprozessen, zur Entwicklung innovativer Unterrichtskonzepte und Modelle sowie zur Gestaltung von Bildungsprozessen mit digitalen Medien. Sie lernen, Bildungsprozesse unter Beachtung ethischer Standards zielgerichtet und reflektiert zu initiieren, zu unterstützen und institutionell zu gestalten. Wir bilden unsere Studierenden zu professionellen Bildungsgestalterinnen und Gestaltern sowie zu Führungspersönlichkeiten in Bildungsverwaltung, Bildungsplanung und Bildungspolitik aus. Wichtige Grundlage dafür ist das Verstehen der institutionellen und interpersonellen Voraussetzungen und Mechanismen von Bildungsprozessen. Darüber hinaus werden Methoden vermittelt, um Zielgruppen und ressourcenorientierte Ansätze und Modelle zu konzipieren. Neben fachlichen Kompetenzen stehen im Studiengang Bildungs- und Erziehungswissenschaft auch persönliche Kompetenzen sowie ethische Reflexion und Kommunikation im Fokus. Zentrales Merkmal des Studiengangs ist die Analyse und Gestaltung von Bildungsprozessen und Erziehungsmaßnahmen aufgrund von wissenschaftlich fundierter und zugleich praxisnaher Ausbildung. Um diese Ziele und Kompetenzen zu erreichen, ist der Studiengang wie folgt aufgebaut. In den ersten vier Semestern der Grundlagenphase des Bachelorstudiums werden Bildungs- und Erziehungswissenschaftliches Grundlagenwissen sowie allgemeine, methodologische und ethisch-reflexive Kompetenzen vermittelt. Der flexibel gehaltene Aufbau des Studiums ermöglicht den Studierenden, auf Wunsch ein Semester im Ausland zu studieren. In der Grundlagenphase werden zudem Wahlpflichtmodule zu Bildungssoziologie und Psychologie angeboten. Des Weiteren haben die Studierenden die Möglichkeit, ein Modul bzw. fünf ECTS-Punkte aus dem hochschulweiten Studium PRO zu belegen. Dieses interdisziplinäre Programm bietet Studierenden die Möglichkeit, ihren Bildungsweg begleitend zum Fachstudium zu bereichern, indem sie beispielsweise philosophische, theologische oder ethische Veranstaltungen besuchen. Die Verzahnung von Theorie und Praxis erfolgt durch Lehrforschungsprojekte und Kooperation des Studiengangs mit Akteuren aus den Bereichen praktische Pädagogik, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus sind zwei jeweils vierwöchige Praktika fester Bestandteil des Studiums. Auch die Internationalisierung ist ein wichtiges Merkmal des Studiengangs. Der flexibel gehaltene Aufbau des Studiums ermöglicht den Studierenden, auf Wunsch ein Semester im Ausland zu studieren. Sämtliche Module, insbesondere im Rahmen der Schwerpunkte, können ganz oder teilweise an den Erasmus-Partner-Hochschulen der Fakultät belegt werden. Dazu zählen beispielsweise die Aristoteles-Universität im griechischen Thessaloniki oder die neue bulgarische Universität Sophia. In der Profilierungsphase liegt der Schwerpunkt auf den Qualifikationszielen und Berufsmöglichkeiten der Studierenden in den entsprechenden Feldern. Als Wahlpflichtbereiche werden die Schwerpunkte Bildungspolitik und Bildungsphilosophie, Sozialpädagogik und Erwachsenen- und Weiterbildung angeboten. Im fünften und sechsten Semester befinden Sie sich dann in der sogenannten Profilierungsphase. Hier werden Studiums- und Forschungsvertiefungen sowie berufsbezogene Profilierungsmöglichkeiten für Sie aus den verschiedenen Berufs- und Kompetenzfeldern angeboten. In der Profilierungsphase liegt der Schwerpunkt auf den Qualifikationszielen und Berufsmöglichkeiten der Studierenden in den entsprechenden Feldern. Als Wahlpflichtbereiche werden die Schwerpunkte Bildungspolitik und Bildungsphilosophie, Sozialpädagogik und Erwachsenen- und Weiterbildung angeboten. In einem der drei sogenannten Berufs- und Kompetenzfelder können Sie die bisher im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen und im Rahmen von Projektmanagement und Lernforschungsprojekten praxisbezogen anwenden. Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Bildungs- und Erziehungswissenschaft steht ein breites Spektrum beruflicher Möglichkeiten offen. Zum Beispiel als Bildungsreferentin oder Bildungsreferent bei Bildungseinrichtungen von Parteien oder Organisationen, bei Industrie- und Handelskammern, bei Kommunen, bei Instituten, die internetbasierten Fernunterricht wie E-Learning anbieten können, Bildungsprogramme entwickeln, organisieren und koordinieren, Lehrveranstaltungen durchführen oder Mentoring von Dozierenden anbieten. Mögliche Arbeitgeber wären hier zum Beispiel das DGB-Bildungswerk oder das Audi-Bildungszentrum. Eine weitere Berufsperspektive ist die internationale Bildungs- und Entwicklungsarbeit, wie beispielsweise beim Jesuit Worldwide Learning, JWL, Jesuit Commons Higher Education at the Margins. Dortige Arbeitnehmer sind verantwortlich für die Organisation und Durchführung von Online-Hochschulstudiengängen in Flüchtlingslagern, unter anderem in Malawi, Jordanien oder Afghanistan. Außerdem haben sie die Möglichkeit, an Fachakademien, Berufsakademien und weiteren Einrichtungen der tertiären Bildung, wie zum Beispiel der Fachakademie für Sozialpädagogik, tätig zu werden, auch als Dozentin oder Dozent. Weitere Perspektiven bieten sich unter anderem in der Schulberatung, der Bildungspolitik in politischen Organisationen, wie politischen Parteien, Gewerkschaften, Stiftungen, NGOs und Interessensverbänden, in Organisationen und Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit, Integrations- und Behindertenhilfe, sowie im Bereich der Gesundheitsprophylaxe und Präventionsarbeit im Kontext individueller und sozialer Problemsituationen, in der Organisations- und Personalentwicklung im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektor oder in der freiberuflichen Konzeption und Leitung von Bildungsangeboten im außerschulischen Bereich, sowie in der Erwachsenen-, Fort- und Weiterbildung, im Bereich von Coaching und Organisationsentwicklung, in philosophischer Praxis und in Beratung. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, sich im Rahmen von bildungsbezogenen Masterstudiengängen weiter zu qualifizieren. Mögliche Masterstudiengänge sind beispielsweise Bildung und Gesellschaft, Bildungspolitik, Beratung und Supervision im Bildungs- und Erziehungswesen oder der internationale deutsch-finnische Masterstudiengang Educational Policy and Philosophy. Natürlich haben sie auch die Möglichkeit, in Wissenschaft und Forschung zu arbeiten und sich in diesem Bereich weiter zu qualifizieren. Weitere Informationen finden sie unter ku.de slash ppf slash pädagogik.